Halleschön Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Hi, Bo Warriors im letzten Part. Haben wir die ganzen anderen Charakter wieder gerufen. Also zumindest Lana so zur Hilfe. Was ich voll ausempfinde. Und wir haben Hühner geschlachtet. The Golden Chicken of Doom. Ich hoffe sie lassen mich jetzt unendlich in Ruhe. Das ist jetzt kein Hühner mit da. So, tschüss. Okay, hier waren sie schon mal nicht. Huch. Ah, hier konnte es sein, dass hier das Herze für Lana ist. Wie, das kann nur sein. Ich vermute es halt mal. Dö, 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 dö. Sweet. Holy Bo. Aus Skyward Sword. Leider Bogenschein aus Skyward Sword. So, komm. Ich hab gerade meine eigenen Probleme. Tut mir leid, Corona. So, tschüss. Nächste Festung. Nächste Festung. Hi, Midna. Die Monster müssen mit ihnen eigentlich voll gut bekannt vorkommen. Ja, voll gut Deutsch und so. Ist hier wat? Nope. So much nope. Und hier die Wolleattacke. Ja. Voll aufgeschlägt. Alles kein Problem mehr für uns hier. Oh, und wir müssen immer noch ein paar Gäste tun, dass wir die Tausend haben. Weil, Goldes Gulturer. Dies hat wichtig. Bäm. Dö, dö, dö. So. Die Fessen wäre dann auch übernommen. Den, wir einfach weiter suchen. Dö, 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 dö. Zack. Dö, 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 dö. Dö, dö, dö. Übernehmen wir mal die nächste Festung. Weil, das voll klar geht. Wie, du bist nicht sofort gestorben, vorpassend Typie. Hier wat? Huh. Das könnte das Herzteil sein. Ach, der Herzcontainer für Link. Dö, 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 dö. Yay. 18. Hm. Läuft das schon mal so gut. Komm her. Du bleibst hier. Sehr. Komm doch einmal zurück. Tschüss. Boah, hier sind wieder da auch viele Gegner Tschüss Alle dead Ihr habt die Wirbel-Attacke überlebt? Wie habt ihr das denn jetzt wiederum gemacht? Das wüsste ich jetzt mal voll gern So, tschüss Oh, da ist ein Magiefläschchen Oh, Magie voll Das können wir für Zant und Giral verwenden Richtig gut So Boom Wo kommst du denn jetzt? Lass ich wahrscheinlich die Festigung übernehmen Und dann holen wir die Skulltula jetzt Skulltula Wo bist du bloß? Ist sie vielleicht da? Nope Sieht nicht Aus Ach, Aros Schöne sie Ha Schlitz Noch eine Skulltula Wir haben bis jetzt jede Skulltula Gefunden Richtig geil Also jede Skulltula, die es auf jeden Fall gibt Und so Was will man mehr? Aber wenn es 100 Stück gibt Es gibt doch bestimmt keine 100 Missionen Das wäre doch viel zu viel Spielzeitstreckung Wir haben hier noch ein Abenteuer vor uns Wer weiß, was das ist Ich bin ja sowieso gespannt, was der Abenteuer im Modus ist Den werden wir uns natürlich auch angucken und zusammen machen Gott, tschüss So So, komm her Ach, ihr habt die zurückerobert, ihr Penner Also wirklich Sowas aber auch Die Dornen haben sie, glaube ich, auch zurückerobert Und ne Wirbelattacke Wo sind die denn? Ja, ich weiß noch nicht, wo die sind Ha Sind die vielleicht da oben? Dann falle ich da unten jetzt auf die Festung Ganz ehrlich Die können noch hier oben sein Woanders kann ich ihm gerade nicht vorstellen What? Jupp Da sind sie auch schon beide Ich bin jetzt zuerst mit Santo Heiner Was geht? Was? So Und tschüss, Santo Boom Wir haben noch ein Herz dazu bekommen Geil, jetzt haben wir 19 Ein bisschen Hilfe wäre nicht schlecht Sehr ruhig, Daronia Warum was zu... Ui, er hat das Schwert Wie? So, komm her Und Wirbelattacke Er hat die Wirbelattacke Tschüss Wir besiegt von diesen Würmern Aber sie versiegert meine Meister Gerem und Santo wurden besiegt Läuft Wir haben die Monsterhund beschlagen Das Licht der Hoffnung Strahlt über Hyrule Oh yeah Du, 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 du Du, du, du Ich mein, wir haben 19 Herzen schon Läuft bei uns Man startet mit 10 Voll stolz Wir haben 19 Herzen Man startet mit 10 Ja, posen wir auf Epona Erstmal wieder nach unten Du, 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 du Yay Ha Boah, die gab 17.000 Rubiner Nicht schlecht Ja, geht, ne Und ins Fäden nur noch drei Teile Okay, was ist das Nächste? Das letzte Kapitel Die Wahrung ist Triforce Okay Mit deinen Schmiedern Nichts Impa Du kannst mal Zack Das kannst du jetzt nicht mehr Okay Du, 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 du Halt Wow Du kannst Oh mein Gott Oh, wie cool ist das denn? Du, 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 du Du Okay Gerne Du 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 Natürlich machen wir das mit Link. Ganz klar. Link ist unser höchster Charakter. Link, Zelda und all of their allies, from across the ages march towards Ganons Tower, ready for the final decisive battle. If they fell, all of Hyrule would fall with them. Okay, dann auf nach Schlossthal. Was ist der Status? Wie siege Ganondorf, Zelda fliegt. Okay, komm her, Ganondorf. What the fuck? Alter. Ganons Schlotz. Okay, los geht's. So, tschüss. Ich brauche noch etwas Zeit, beschäftige sich, Ago. Was? Zwei Argos auf einmal sind kaum zu schlagen, sie dürfen ihre Kräfte nicht vereinen. Okay, wir kümmern uns nicht um diese Basis jetzt erstmal. Leandert mit nach Rücken nach Norden eine Argos vor. Ja, tut das bitte. Dem Argos in Norden nehme ich mir vor. Danke mit nach. Sehr nett von dir. Hey, hier. Hier ist your enemy. Und runter mit dir. Mistvogel. Komm. So. Nimm mal schön. Warte drauf. Okay. Das hat Argos aber auch ganz schön weh getan. Döp, döp. Was ist los? Ach, das ist Magieflaschen. Oh, ne. Zack, und. Komm, runter mit dir. Boom. Oh, das ist Magieflaschen. Oh, ne. Und schnitzen. Döp, döp, döp. Und. Yeah. Tschüss, Agorok. Döp, döp. Dann übernehmen wir jetzt schnell noch die Südfeldfestung. Boom. Wie seht ihr? Ja, der kann noch ein bisschen warten, oder? Ich hab noch nicht genug Krampf, um vollendes zu erwachen. Du wärst auch nicht vollendes erwachen. Das wirst nichts verhindern, Gendorf. Aber wir brauchen erstmal eine Festung, damit wir überhaupt irgendwie Finger uns haben. Verstärkung. So. Da ist eine Schwachstelle in der Maul. Sie strengen sie mit einer Krabbelmina. Okay. Gott, tschüss. Gotta go fast. Was? Da ist eine Krabbelmina jetzt einfach. Okay. Agnesa und Ruto helfen aber gar nicht. Die sind gar nicht dabei. Warum? So. Ach. Die Krabbelmina müssen wir... Müssen die... Müssen die einfach so schnell wie möglich erledigen. Schnell, Link. Gotta go fast. Ja, ja. Ich bin schon auf dem Weg. Ich kann nur nicht hexen. Die nächste bin ich noch lange nicht. Au. Runter mit dir. Und drauf. Auf. Schön weit drauf flitzen. Ich werde ja das Gott alleine tun. Ich muss die Krabbelmina immer schützen. Hä, hä, hä. Vergesst es. Nimm. What the fuck? Der ist mir gefolgt. Ähm, okay. Komm runter. Süd, süd. Komm, Algorod. Runter mit dir. Höh. Sack. So. Und. Tschüss. Jetzt müsst ihr die Kabelmine beschützen. Zack. Los geht's. Wirbel-Attra�. Tschüss. Die wird. Georgie bewegt sich weiter. Bleibt ihr wohl alle hier? Zack. Wie fährt ich denn überhaupt? Ah, da durch. Okay, dann übernehmen wir mal schnell die Festung. So, hi. Ich bin fast zündbar noch. So. Komm, hurry up. Los. Wo ist so ein scheiß Ding? Da. Jetzt war es mal da. Was? Lana? Ich verstehe, was? Das ist doch total in Ordnung noch aus, Lana. Ja, was ist? Du bist zu sterben? Bitte. Hoi. Komm, geh kaputt. Oh, Mann. Das scheiß Ding wird mir noch die Mittelfestung wegnehmen. Was? Beschworen? Hat wieder? Ach komm, schon so viele Gegner sind das nicht. Okay, es sind schon ein paar, aber... Er könnte durchkommen. Vielleicht. So. Aber lange hält sie leider nicht mehr auf die Krabbe-Mine, also muss die jetzt dagegen fahren. Der Vorposten wird jetzt uns. Tschüss. Gut. Das ist gut. Dann übernehmen wir jetzt erstmal diese Festung hier. Hi, Leute. Die Krabbe-Mine hat den Weg freigemähert. Vorwärts. Impa. Wait. Hier. Hier. Ah, die Kamera. Okay, die habe ich jetzt gerade selber so gedreht. Ich bin ein Idiot. Hier. So, kommt. Immer weiter drauf schlitzen. Hot. So, der Festungskommandant ist da. Huch. Tsching. Okay, all the money. Dann helfe ich jetzt mal Lana eben. Die braucht ja Hilfe. Jetzt nicht mehr. Aber wir wollen hier eh noch eine Festung übernehmen, also zumindest ich. Den Vorposten noch übernehmen. Wir haben hier gar kein Hauptquartier mehr, merke ich gerade. Ja, wie? Eine auch? Wie sollen wir auch hier ein Hauptquartier haben? Hm. Töp-ti-töp. Hi. Was geht denn bei euch? Schließt. Weiter geht's. So, du bist tot. Ach, komm schon. Woher kommst du jetzt? Von deiner Base? Die Werfessung wird uns gehören. Genau wie der Rest von Hyrule. Komm her. Gut gemacht, Link. Thank you. Ah, du gehst mir auf die Nerven. Zwut, zwut, zwut. Juhu. Da ist noch einer. Zwut, zwut, zwut. Hui. Und die Wirbelattacke. Wie wär's damit? Schlitz. Der Kommandant war jetzt ganz komisch weggeblütscht. Das erinnert nichts daran, dass wir da nicht durch können. Schade. Also übernehmen wir da hinten erstmal die Festung. Weil sonst ist das ja voll do-oh, oh, 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 oh. Weil wie gesagt, je mehr Festung halt, ja, umso besser, ne? Einfach, wenn wir ja Verbündete haben. So. Schnellerling, run like Sonic in Sonic Speed. Ich war ja erstmal für den Vorposten. Wir sind schon fast Level 37. Das ist richtig schnell momentan. Hier liegt auch an dem, weil es das letzte Gebiet jetzt des Legendenmodus ist. Schade, schade. Wie gesagt, jetzt kommt ja auch noch DLCs raus. Und der Abenteuermodus ist ja auch noch da. Und sobald die DLCs rauskommt, dann werde ich natürlich auch Daten-Sachen zeigen. Weil das DLC wird sich gegönnt. Und zwar richtig. Hoi. So. Die. Oh, und dann kommen ja drei Schwertscheine raus. Das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Boom. Thank you. Tschüss. So, und jetzt machen wir weiter. Das, 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 das. Da hinten ist schon der Kommandant für die Festung. Wieso bewegt ihr euch eigentlich nicht? Wieso steht ihr so wie eingebautet doof da? Wir können nichts machen. Aber da vorne umsicht ich noch mal gar keine Gegner mehr. Richtig gut. So, hi, na? Festung ist uns. So, da unten ist auf jeden Fall noch eine Festung, die wollen wir haben. Auf jeden Fall. Die Göttin in Quelle. Ich hab meine wahre Macht wieder lang. Jetzt kann mich nichts mehr auffalten. You sure about this? Gendor ist aber... Was? Die Stärken... ...wann gestiegen. So. Ich will die Kampfmoral persönlich brechen. Das glaube ich weniger. Aber hier ist ein Magnus, der jetzt erstmal sterben wird. Sehr. Gendor, selbst ist hier. Lasst euch davon nicht aus der Ruhe bringen. Statt, wenn ein Herzcontainer oder so drin, hätte sein können. Er setzt Blitze ein. Gendor ist mächtiger als hier zuvor. Okay. Die dunkle Macht wird stärker. Gendor ist im Augenblick sehr gefährlich. Er hat aber nur noch eine Festung, Zelda. Die Ostseite des Schlosses ist verwundbar. Dort kannst du hinein, um es zu erobern. Ah, wie gut, dass ich im Osten bin. Wenn wir diese Festung erobern, werden wir die Schlacht zu unseren Gunsten entscheiden. Ah, das ist die letzte Festung sogar, die uns fehlt. Autsch! Iiii! Ich werde diesen Gunn doch mit seinen Schranken weisen. Geh zurück zum Schloss. Okay. Ja, sie drängen uns zurück. Ich möchte aber diesen Vorpass noch haben. Das ist einer der letzten. So, der Tor ist da. Ja, Leute, ich sehe gerade viel überziehen. Also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!